Es geht weiter, ich spiele gegen Fradi 82 IM mit 2,198, was ist das für eine Zahl für den IM? Albert Bockros, warum hat der so eine niedrige Zahl? Albert Bockros? Seltsam niedrige Zahl hier, muss man sagen, 2,198 für den IM. Danke für die Subs oder was da reinkam, Lila 4 und was war noch? Die Bits, ne? Was ist mit dem los, warum spielt der nicht? Ach der Quatsch, das habe ich mir noch nie angeguckt, echt seltsame Variante. Naja, ich habe meine, das war ein bisschen bescheuert, wie ich mich hingestellt habe. Normalerweise, ich muss zuerst D5 machen, Vorspringer C6. Auf Brian Feldmann, danke für den Sub. Jetzt hängt der Bauer hier. Wenn wir schon schlecht stehen, dann gönnen wir uns einen Bauern. Er droht ja nichts. Ja, ich stehe natürlich auf den schwarzen Feldern, natürlich total. Der Opfer hat aber ganz schön rum hier, ne? Dame G2, greift den Springer an. Wo geht denn hin mit dem Springer? Scheiße. Nehmen wir alles weg. Ist natürlich sehr riskant, was ich mache. Hm, ich glaube, er hat schon Zugwiederholung hier. Wenn er den macht. Den, 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 den. Ne, habe ich da mal H6 Schach. Habe ich da mal die Ds hierhin, hierhin und dann dahin. Die Dame verdrängen. Es ist jetzt auch nicht so einfach für ihn, das zu rechtfertigen, was er hier macht. Die ganzen Opfergeschichten. Springer G5 sieht gut aus. Dann habe ich Dame E3 Schach hierhin und dann Dame D4, ne? Gibt es Dame schlichte? Okay, hier haben wir Schach. Und dann Dame F4, dachte ich. Und wenn er den macht, jetzt Dame F4. Machen wir mal ganz schnell. E5, würde ich sagen, Springer E5. Gefährlich. E5. Ignoriere ich und spiele Dame B4 wahrscheinlich. Dann muss er die Dame tauschen. Dame tauschen wäre natürlich sofort gewonnen. Ich nehme nicht, ich nehme den Bauer nicht raus. Zwei Bauern mehr reicht. Er hat für die Dame kein Feld. Er muss hierhin. Das ist nämlich ein ganz schlechtes Feld für die Dame. Okay, Dame hierhin. Dame B6. Ich kann schon mal ein paar Züge wiederholen. Auf Zeit. Hä? Wer lässt den Damen tausch zu? Okay, das ist ja Quatsch. Ja, zwei Bauern ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Vor allen Dingen, ähm, ohne Dame das Ganze. Mit Tempo. Ich würde gerne B6 Läufer B7 spielen. Ich greife den Läufer an. Der hat auch nicht viele gute Felder. Und einen Angriff sehe ich hier nicht bei ihm. Er kann natürlich hier verdoppeln. Hab ich aber immer G6. Ich sehe das hier als kleines Problem an. Oh, das ist ein Problem. Kein Problem. Wenn er da hingeht, hier rein. Gehe ich hier in die Ecke. Ja, er greift da an. Ich muss G6 spielen. Ist aber auch kein Problem. Zweimal gedeckt. Läufer E4, ja, das ist ein bisschen nervig. Turm B8, Springer B5, A6, Springer C7, B5. Der Springer ist hier nicht antastbar. Ich gehe mal weg da. Ich will B5 spielen, Läufer B7 als nächstes. Der Springer steht da sehr gut. Er kann H5 spielen. Passiert aber auch nicht viel. H5, König G7, HG6, HG6. Was soll das Ding? Ne, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn, was er macht. Kann ich einfach nehmen. Und wo ist der Witz? H5 einfach. Das ist alles kompletter Quatsch. Ich habe genug Zeit, kurz nachdenken, nicht so schnell. Er will wahrscheinlich hier opfern, aber das bringt auch nichts. Ich decke einfach. Geht's weg. Hier, ne? Ja, ne, da ist ein bisschen... Ne, Springer G4 geht. Ja, Springer G4 und F5. Dann haben wir alles gedeckt hier. Ich drosche aber alles ab. So, ruhig bleiben jetzt hier. Ich habe genug Zeit. Ein bisschen was tauschen, wenn es geht. Ne, wir lassen die Bauern laufen. 22 Sekunden. 22 Sekunden. Ich lasse die Bauern laufen. Was macht er da? Der muss Turm A1 spielen. Okay, machen wir den. Den gewinnen wir auch noch. Wir nehmen einfach alles weg. G3, G2. Was ist los? So, jetzt ist der Läufer auch noch weg. Ja, witzig. Was soll das? Ich habe super viel Zeit, Kollege. Kommt, keine Sperenzien. Das ist Unsinn, dass er nicht aufgibt. War ein souveräner Sieg eigentlich. Die Eröffnung ist mir, glaube ich, nicht gelungen. Auf Brian Feldmann. Danke für den Sub. Falls ich mich noch nicht bedankt habe. Ja, das ist eine ganz komische Variante, dieses Läufer G5. Ich weiß gar nicht, was das Beste drauf ist. Ich spiele mal Läufer E7 so automatisch. Aber weil F6 ist ein bisschen lästig, wegen was eigentlich? Die Leute spielen dann sowas hier. Ich weiß gar nicht, was das für eine Variante ist. Muss ich mir mal anschauen. H5 scheint hier stark zu sein, mit der Idee, G5 den Läufer zu fangen. Aber das ist keine seriöse Variante. Das wird hin und wieder in Blitzen gespielt. Und das ist eigentlich okay. Die Engine sagt, das ist okay. Ich glaube, ich habe ein anderes Mal D5 gespielt, aber dann ist der Bauer schwach. Okay. Dame B6, greif hier an, greif da an. Jetzt opfert einen Bauern hier. Ich nehme weg und das ist okay. Das ist unklar. Das kann man machen. Ich nehme weg hier. Ich bin gierig, aber es ist richtig. Die Engine sagt, das ist alles richtig. Bei Springer G6 war ich mir nicht sicher. Das ist immer schwierig, so zu spielen. Aber jetzt spielt er halt sehr ungenau hier. Was hätte er machen müssen? Zuerst König B1. Ja, aus den Schachs rausgehen. Das ist gefährlich hier. Wenn ich das gegen stärkere Gegner spiele, dann kriege ich einen auf dem Tabernakel. Wahrscheinlich. Ich wollte hier nicht zu gierig sein, den Bauern auch noch nehmen. Aber die Engine ist natürlich total unberührt und sagt, nimm weg den Scheiß. Ich hatte Angst vor dem, aber da kommt der. Ist gedeckt. Und auf den. Ja, der verliert wegen... Oh. Das Motiv habe ich gar nicht gesehen. Bekanntes Motiv. Okay, Dame B4 gefiel mir, weil ich die Dame tauschen wollte. Und jetzt spielt er sowas hier und lässt den Damen tauschen. So, er muss den spielen. Den, den. Aber hier kann ich den Bauer nehmen. Das heißt, ich kriege die Dame B4 ist praktisch viel stärker. Und das ist, glaube ich, einfach Quatsch hier. Habe ich noch was anbrennen lassen? Schauen wir mal. Ja, H6 ist Mumpitz. Der Opfertier ein Bauer nach dem anderen. Ich hätte viel früher eher F5 ziehen sollen. Natürlich tausche ich immer ab, wenn es möglich ist. Und jetzt einfach die Bauern laufen lassen. Ja, dann war es in Ski. Wir kommen mit einer 60-anbauer. Falls ihr einset 10 kizable. Das war's. Ich bin meine 97-anbauer. Kalau nicht, souffre. Wir kommen mit ihm. Ja, wir kommen mit ihm. Ich bin 70-anbauer. Ich bin 30-anbauer. time quer.